hallo ihr lieben ich möchte ein ganz anderes video mal drehen es tut mir so leid kinder was ich da gemacht habe ich bin heim gewesen früher mich den ersten mann kennengelernt ich habe die kinder ganz allein erzogen ich habe alles getan gemacht alles gemacht ich habe alles gemacht ich habe sie sehr geliebt alles gemacht habe die kinder ganz alleine erzogen ohne mann vorne geschlagen über karsten stahl helft mir keiner glaubt an mich kann man nicht nur meine eigene kinder dass mich so in stich dass mich so fallen so das gesagt lasst mich einfach fallen lieber karsten stahl helft mir mit den leute leitet das video ich war ein heim ich war ein gefängnis wegen meine kinder weil ich die alles gekauft habe aus liebe kann man nichts kaufen das weiß ich das weiß ich zu schätzen aus liebe kann man nichts kaufen das war mein fehler ich bin zu ich bin der hölle gegangen wort gestragen von männern und wort gedemütigt von männern musste alles machen von männern bitte karsten stahl helft mir ich bin so verzweifelt ich möchte einfach geliebt werden als mutter nur ein dankeschön ich habe für die kinder alles gemacht alles gemacht nur liebe wichtig haben mehr möchte ich gar nicht haben mal gute worte haben von denen mehr möchte ich gar nicht ich habe euch lieb ich habe mich gar nicht mit absicht in heim geschickt ich war verzweifelt als mutter ich war verzweifelt als mutter ich konnte nicht mehr weil ich verzweifelt war in röbel wer aus mich röbel kennt bitte bitte schreibt einen kommentar darüber ich lasse mir nichts mehr gefallen ich wollte dieses video nicht drehen aber ich bin verzweifelt als mutter weiß ich kann nicht mehr mit die ganzen geschichte leben ich muss weitergehen bitte helft mir dankeschön helft mir ich war ein heim und worten heim gedemütigt musste alles durchstehen in mein leben ich bin der mutter ich kämpfe weiter um glücklich zu sein weiß einfach glücklich zu sein und ich habe freunde gefunden die mir weiterhelfen jetzt bin ich so glücklich drum danke liebe freunde dass mir weiterhelfen danke